Ich weiß es richtig mit Bayern. Deswegen war es für mich nicht schwer, in diesen Schritt zu gehen, weil ich mit Bayern meinen größten Baum erfüllt habe, die Champions nicht zu gewinnen. Und nun war ich offen und bereit für etwas Neues. in den Gesprächen analysiert, dass sie auch Ziele haben in der Meisterschaft, dass sie noch einen Schritt nach vorne machen, weil sie sind in dieser Viertel gewonnen und sie wollen eine Mannschaft haben, dass sie welche Wettbewerbs sind in Europa, aber auch in der Bundeswehr in der SDR. Und all das mit der Mannschaft, ich hatte auch Gespräche mit Paul Lohler über die Mannschaft und er hat mir auch gesagt, dass der Fußball dieser Mannschaft der Fußball der Schönste und der Beste war, der Offensivste war und all das sind die Gründe, warum ich meine Herren habe extrem sich bemüht um mich, am Wochen lang meinen Menschen versucht, diesen Deal klar zu machen und deswegen ist es wirklich das ist wahr, es ist wahr, es ist fantastisch, und zwar zu Vielen Dank.